Jede gute Geschichte, jede Erzählung, jedes Märchen braucht selbstverständlich einen starken Helden. Oder eben eine starke Heldin. Isabel Otter hat sich die Mühe gemacht und Märchen, fast vergessene Märchen aus der ganzen Welt zusammengesucht, in denen Mädchen und Frauen die Hauptrolle spielen. Der 360-Grad-Verlag hat es produziert und ich hatte die große Ehre, es einzulesen. Jetzt als CD oder überall, wo es Podcasts gibt. Fast vergessene Märchen, aber nur fast.